Also, die Aurelitz und da freuen wir uns übrigens gerne in einem Haufaufzug für die Lübchen. Das bleibt so nicht. Also, da freuen wir uns, wir grüßen uns für Torhüter. Torhüter, 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 und ich sehe jetzt recht erfolgreich. Und natürlich auch die Nummer eins im Komponis FC Bayern München, der Kapitän der Mannschaft, Manuel! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.